okay wir wagen es links um in dem lautschritt vorwärts marsch rechtsstaffeln klasse jäger ja ja bestimmt ja läuft an den jägern vorbei in ihr halt ihr habt den kopf gerade hochguck es ja ja der gegner ist aber schon aufgereiht wir warten bis ihre schüsse raus haben auf meiner rechts nur ausrichten hier nach links jungs links von euch marsch 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 preisfeuer sobald ihr steht nicht nachladen linie marsch bilden und linie halt wo sind eigentlich unsere linien hier steht auch eine volle in voller pracht die drei jahre die sich gegenseitig auch noch drehen man kann mit drei mann schon in linie stellen ja scheinbar links um die regel neue sitten ich bin noch mal da und nein man kann eigentlich mit drei mann linie stein ich habe sich mehr leuten angemeldet aufgetaucht wer ist denn das türken machen es ist gerade gnw gnpw am das sind wahrscheinlich haben sich alle angemeldet und so kurz bevor sie gestartet sind erdmann ist sowieso voll der spaß hier direkt sind bei sechs leuten hausdurchsuchen gemacht worden rechts um linie im lausschritt vorwärts marsch karras lacht noch da drüber ja tue ich das ist die harte wahrheit ja sitzt so in einem café und sagst so sitzt ein russer in einem café und sagst so ja ich bin der meinung dass erdowards viele sind so groß ist direkt kommen drei türken auf sich zu und verprügeln dich so ist das leben ja ich bin ja deutscher das geht nur mit der türkische deutscher das geht nur mit der türkische angehörigkeit hast für den kaiser zu spät zu spät links geht mir schaue ja ich weiß nein sie sagt was für die hinter mir jungs da kommt gleich eine kugel und vorsicht ohohoho ich wusste es doch der street sie ne die war für mich bestimmt links staffeln links staffeln schnell 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 er sitzt in der kanone nach links leicht abdrehen leicht schaust oder der schieße weiter laufen weiter linie halt freies feuer und danach direkt zurückfahren und zurückfallen hinter die jugelkuppe und setzt die erdwelle stell so ne ich glaub das dürfen wir nicht auf meiner links mal steht auch marsch doch das dürft ihr doch wir dürfen wir dürfen innerhalb von der arterialstellung ihr habt freies feuer sobald ihr sie seht rechts die feinde linie umgeht euch ist schon überall ich ziehe mich aber zurück oder nein sollte ordentlich informationen bilden auf meiner rechts marschiert auf marsch nach links sorry links um im nachschrift vorwärts marsch schnell 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 ja und grad Verstärkung ne ja ziemlich viel wieviel schüsse haben charge wie der icecat noch reingeschossen hat jungs pass auf nein müsst ihr euch dann nach der 1 1 anschließen aber bitte der der linie der linie darf eigentlich ein artillerist der alleine eine muskete aufgehoben hat und mitten im kampf steht reinschießt weil sie sind für die artikon nicht gestattet und sobald er die muskete auf die diese artikur bedient ja kein geschütz ich fand ich war etwas überrascht dass da eigentlich alles von ihnen war ich hatte nämlich am anfang einige linien gesehen die rüber nach rechts sind aber die scheinen wieder zurückgelaufen zu sein ja die haben umgedreht die haben umgedreht wo wir hinter uns anwahl waren nee ganz am anfang geschlaft meine ich achso wir müssen die position wieder gewechselt hatten während wir uns drüben das kleine gefecht mit den jägern geleistet hatten trotzdem geile aktion den jägern unter linie wir haben denn ihre art auf geht's los wenn wir es es gäbe nur zwei verluste wenn es keine teamkits gegeben hätte bann ihn für die nächste runde weil die leite alles klar du brauchst erfahrung krass er kommt immer wieder hügel aussieht ich würde sagen unser vorstoß an sich war nicht schlecht er war gut ist dann okay schön dass du da warst hau rein franchi noch die drei mann linie verliert auch noch einen mann durch der letzte der da geslade wohl war der letzte von denen sind zwei oder sind zwei ranker oder drei ranker und ein offizier ich glaube nur zwei jäger bei der artillerie stellung zusammen die oder bei der laufen zwei einfach komplett das sind die das ist erstes tiroler oder ne zweites gf r ach den den husan ja aber der hat gerade liegen lassen und jetzt schnappt er sich unsere arti da wird es keine überlebenden geben alter das zweite gf r schießt trotzdem spaß die abkürzungen werden je länger dieses spiel existiert immer besser von den bernalords wenn die nummer gedauern gradet dann ist es nur noch mehr feier links raus am hang selbstständig linie bilden schnell 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 marsch marsch wir wollen schnell los eine mit weile so kommt da noch jemand nichts aus linien im laufschritt vorwärts marsch wir haben ja doch einige linien wo waren die gerade eben nicht da was willst du denn das vor der hinter sich kommen naja weil bei ihnen jetzt ganz hinten ist machen wir wenn wir das nächste mal stehen ja ich mag ist es leid wie vor mir läuft habe ich immer gute aussichten mit der roten ziele diese engen hosen habe ich extra für balin angezogen ich weiß muss man aufpassen wenn er endlich spawnt hat dann wird aus dem vakuum was er gesaugt ahhh ist das nur ein witz oder ist das mb wirklich nur zu dritt ja ja kein witz bei dem sie schaffen es trotzdem so riesen lücken zu lassen wir sind ja auch leicht und sie dürfen das die aukeln vor dass sie mehr leute sind oh warum sind diese hügel so steil wenn du genau dieses dargestellten kannst deswegen mag ich keine wüsten das ist auf jeder map auf jeder random map so ist mal so wüssten sie die einzigen beweglichen landschaften das stimmt nicht aus scheiße mich als rauskauerst team jetzt läuft er nochmal durch und weg ACHTUNG kreuzfahrer ruhe aufmerksamkeit jetzt bitte es kann sein dass hinter der hügelgruppe der feind ist alle größe haben spoo durch hitschlag gestorben mist linie halt rechts um sobald ihr steht natürlich sitzen sie da wieder alle sind es alle wahrscheinlich muss mein steam fixen dauert länger da ist die leichte die leichte kommt na wie schön naja sie drehen wieder weg da drüben ist eine linie wir warten noch auf die 1 rein dann rücken wir vor ach die ihren sind ja da fantastisch links um warte da kommt auch die starke türkische linie fahren ist da schon mehr geworden jetzt sind sie Nummer 3 im laufschritt vorwärts marsch sein krankenhausaufenthalt hat ihm nicht gut getan los hobert ihr irren äh und ihr irren ja links statt wieder eingliedern rechts marschiert auf marsch freies feuer und nach hinten links church maros mann achtung backstab Sorry. Paras. Ja. Wir haben insgesamt 60 Minuten Zeit. Das ist wahr. Ne? Vorrunde. Wenn die anderen meinen, sie könnten bei dir im Spawn hier bleiben, drück mir vor. Und dann warten wir. Vorrunds vornehmen. Ne, das ist einfach nur Scheiße. Oh, wow. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass Kürassiere wirklich durchrasieren. Und sich gegenseitig entfernen. Die Iren haben mich jetzt etwas enttäuscht, aber na gut. Die Iren. Wow, Jungs. Ah. Ja. Oh, 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 oh. Is the Arty still up? Ist die Frage ernst gemeint? Ich finde diesen einzelnen Musan, der da gerade attackiert, toll. Ich finde das witzig. Wow. Ja. Front ist im Niemandslang, genauso wie Guess. Das ist voll das erste Weltkriegsszenario hier gerade, ey. Die tanzen ein bisschen. Hä, was wird das? Ich habe es gefixt, ich komme jetzt wieder. Willkommen zurück. Ja, lohnt es sich noch, oder? Ja. Gut. Das ist ja gerade erst die zweite Runde, die läuft. Ja, aber wenn ich die verpasse, wenn ich da anfange, verpasse, habe ich auch gerade so. Noch ist sie nicht zu Ende. Uhu, Merk dir eins. Wir haben dich alle lieb. Das ist wahr. Ganz lieb haben wir dich. Ganz doll lieb. Ja, Gruppenkuscheln, yay. Ich will die Mitte. So lieb nun auch wieder nicht. Oh, noch mal. Toll, beim Mobbingkreis durfte ich auch immer in die Mitte. Oh, die 31st geht in die Offensive. Die Sache ist halt echt, man kann nur über links laufen. Über rechts ist es einfach, die Gegner hat, die hat alles im Blick. Über Mitte ist praktisch rechts. Okay, bereit. Wenn das Terrain ja erst gegen links sind, wieder ansteigt, und zwar so, dass es Schutz bietet. Ja, ja, das klappt in den Weh so gut. Wir geben einfach immer verwirkende Salven ab, damit sie nicht sehen, wo wir langlaufen. Ihhh, da lebt noch einer von der Türkenlinie. Hallo, Rokun. Hi, Rokun. Hallo, Rokun. Paran, du hast Rokun. Willst du etwas verkünden? Bitte? Rokun, möchtest du etwas verkünden? Äh, ja gerne, wenn ich gerade niemanden störe. Nein. Nein. Ich bin seit gestern, 22.18 Uhr stolzer Papa geworden. Das ist ein Infanterist oder Artillerist. Und wie heißt er? Ballingraut Junior? Ballingraut Junior? Infanter oder Artie? Infanter oder Artie? Na Artie? Ja, richtig gemacht. Genau wie der Papa. Na, Lukas heißt er. Sauber. was da ist. Und wann kommt er ran? Auf TS und so? Ja, ich würde schätzen, so morgen wie übermorgen, genau. Keine Befehle, bevor er reden lässt. Das ist schön. Freut mich. Nein, sie kommen erst am Samstag nach Hause, weil die Mutter dann einen Rot-Kaiserschnitt gehabt, weil es erkrankt ist. Aber dem Kleinen geht es total gut. Dem geht es wirklich super. Heute habe ich ihn gleich wieder gefüttert. Dem geht es super. Der schläft halt viel wieder Papa. Ich stelle da noch einmal ein Foto hoch. Das ist ursüß. Paras? Ja? Wir nehmen uns einfach einen Dudelsack-Spieler, der so laut spielt, dass man uns das selbst nicht mehr hört. Visit Österreich. Oh, ich bin immer von Tüsten, dass man uns das nicht hört. Funktioniert nicht. Dann klauen wir uns von den Highlandern einen Dudelsack. Genau. Geht nicht. Und keiner kann ihn spielen, weißt du, es wird dann so rumgereicht und jeder trötet mal da so rein. Wie die Ärzte-Orge jetzt. Jeder darf einmal reinlaufen. Ach, es ist noch gar nicht Old Church. Hier darf man sich hinhocken als Linie? Ähm, naja, eigentlich nur in Stellungen. Die Highlander machen es gerade. Ich komme in 20 Minuten wieder. Dann sollte es ja fertig gechanged sein. Ganz kurz abgang. Ja, ich spiele mal Skyrim durch, ne? Ich The Witcher. Ja, wir haben ja noch genug Zeit, ich mache mal kurz die Steuererklärung. Mach mal kurz ne Weltreise, wir sehen uns dann. Auf die Sache. Ich mache jeden Tag Weltreisen-Landstream mit meinem Finger auf den Klobus. Dreh der dann nur so. Fertig! War schön! Aber Letfie, seitdem ich ein Elektro-Motor dran gebaut hab, bin ich schneller. Du denkst, wie du das Klo wusst. Nein, ich meine meinen Finger. Ich will mal schon alle Teile von Herr der Ringe gucken, ne? Nein, wie guckst du die? Mit Vorlauf mal 20. Frieden! Frieden! Frodo! Ende! Das habe ich in zwei, in einer, in einmal Sommerferien und einmal Herbstferien hingekriegt. Sweet! Ich schau kurz, der sich den Wolf tanzt. Ich schau kurz kurz, der sich den Wolf tanzt. Der sich den Wolf tanzt. Der sich den Wolf tanzt, ich weiß es. Das klingt einfach wie ein unglaubliches Lest dafür. Der mit dem Golf tanzt. Nein, der ist sehr gut, der mit dem Wolf tanzt. Kennst du nicht dieses Sprichwort, Karas? Der sich den Wolf tanzt? Ja, doch, ich kenn's. Aber deshalb muss das ein echt scheiß Film sein, wenn er nach einem deutschen Sprichwort genannt ist. Nein, der heißt nicht so. Der heißt der mit dem Wolf tanzt. Ich weiß! Das heißt der mit dem Golf tanzt. Genau durch diese Diskussion, wie der Film richtig heißt. Ja, und weil er sich nachher über Golf unterhalten hat, ist der Golf-Freak entstanden. Nur mal so, also ich würde freu es sein mit dem Äußerung. Der sich den Wolf tanzt. Ja, irgendwann ist er auf Wolf gekommen und dann ist der Golf-Freak entstanden. Der ist nämlich nicht so, weil er am Golf ausgeführt wurde, sondern weil das um den Film namen ging. Ja, ja. Der sich den Wolf ranzt. Lass es mal! Der Wolf steht noch bezeichnet als Rötung zwischen den Beinen, gell? Ich sag's nur. Ganz klar. Na, das ist Wolf. Das heißt, wenn du deine Rötung zwischen den Beinen hast und damit tanzt, bist du der, der mit dem Wolf. Dann sollen wir gleich einmal schön zum Salutschießen für Rokuns Papaschaft. Ah, da müssen wir auch noch einen Salutschießen, ja. Klar, auf jeden Fall. Und dann müssen wir Salutschießen in die 1 rein. Wir müssen ja Opfer bringen, damit das Kind auch gesund und mächtig wird. Der zukünftige Führer Österreichs. Ne, das lasst du mal lieber, das lasst du mal. Das mit der Führergeschichte klappt bei euch nicht so gut. Nicht wirklich. Jo, bleh, darf's dich gerne geben. Ich probier's. Der Duel? No. Leer einfach 13-1. Oh, schade. Linksum. Genau. Zum Salut legt an. Bisschen flacher, Landry. Leute, es geht einmal ein sehr schönes Salutschießen. Und Feuer. Und C. Wunderschön. Rechtso. In dem Laufschritt vorwärts Max. Wunderschön. Hallo 1rein. Dann kann er ihm immer sagen, du wurdest nach einem großen Mann benannt. Mhm. Mach stelle du? Du wurdest nach einem der... Der ist echt nicht groß, du hast mir Leischen vererbt. Hat er mir mal gesagt. Weiß halt, die Kriege der Position. Mhm. linie schon angezogen so und jetzt ist aber unspektakulär hier da sind schotten linie im laufschritt vorwärts marsch aber das ist ein zeichen es kommt gerade radinski marsch es ist das problem mit deinem kind gibt dass du mit dem ausdiskutieren muss denke daran du kannst dich nicht einfach aus dem ts auslocken du musst das mit ihm führen und das schlimme ist der strafe kann ich ihm nicht einmal das internet abdrehen rechts staffeln sobald ihr steht freies feuer schnell 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 rechts um linie marsch bilden arti direkt voraus auf den hügel läuft direkt darauf zu siehst du ja deshalb hatte ich gerade eben zurückfallen lassen wenn eine kugel ist darfst du ausweichen genau oder du machst einen auf kung fu panda aber bitte zurückwerfen und treffen linie halt rechts um nachladen noch irgendwas bei der arti das zu uns kommt hinter uns das ganze das tut weh links um in dem laufschritt vorwärts marsch wir kommen so wie sie einfach auf der einen ende rauskommen werden sie bei fünf anderen noch runtergehen das ist terrifying ja sie wollen sich mit uns anlegen kugel ihr dürft selbstständig ausweichen wie drei vor mir einfach weg geht das so war das ein bisschen spät ihr dürft ausweichen so oder so ich kann an dieser stelle noch mal festhalten der spawn für australien für australien ist österreich australien der spawn für österreich ist okay nur mal so eigentlich gar nicht unsere arti ist halt fucking useless ja tatsächlich ah jäger na klasse unsere artillerie kommt nach vorne eine schurm arti eine artillerie kommt nach vorne es ist keine artillerie kommandatur des ersten reihens links staffeln linie halt legt an auf das hintere ende der linie feuer zurückfallen aufe auseinander wir schießen immer noch auf uns ja das sind ziemlich viele so hier vorne in der senke neu sammeln linie marsch bilden und linie halt nachladen meine güte warum müssen die immer so riesig sein tortsch die 1 rein nein tja haben wir jemanden verloren da gerade ne ne jetzt gerade ne nur vor 3 bei der kanonenkugel nachschrift vorwärts marsch links staffeln linie halt und freis feuer ich glaube sie kommen das ist wohl war recht so in den noch schritt vorwärts marsch durch ja ich weiß und charge nein 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 ich will nicht charge du musst die sind scheiße kämpft zusammen achtung kavalerie kommt unsere ja generaals gerade ja recht ist angeschwächt Achtung Wallin, der kommt zurück. Zusammen. Fuck, Feldblock. Ja, Mann! Achtung, das sind Jäger und Kapp, bleib hinterm Baum, bleib hinterm Baum, bleib hinterm Baum. Achtung, Achtung, die haben Lanzen vor sich. Die Jäger chargen dich und einer will F.I.C.E.N. Ja, jawoll! Verdient, das war der der F.I.C.E.T. gemacht hat. Noch im Team geprovoziert, geil. Wie groß bist du, Panda? Ja, gut, das ist nicht schwer. Das ist kein Wunder. Selbst von Kunst neu gebrochen ist es größer als Alpalin. Also, das wäre jetzt so. Ja, gut, dass wir den Kaiserschen da klären. Startgewicht, 60 Kilo, 1,80 groß. 100 Kilo, 4 Meter groß. Den musst du so raus. Wächst noch. Ja, da hat ein Plan beigelingt, wie die Knochen richtig zusammen schrauben. Nein, das ist eigentlich wie fast so eine Dreifolge. Also, ich weiß gar nicht, warum ihr denkt, dass wir besonders in Österreich ist das einfach normal. Es ist dafür da, damit du noch über die Berge gucken kannst. Genau. Kannst du unbedingt nicht ins Bilder schauen. Oh Gott. Sorry, Rukun. Ich glaube, nächste Runde spawnen campen einfach wir, oder? Rukun? Ja? Ja. Bock auf RPG? Äh, welches? Ei, L.E.F. Ich mach mir ein weiblichen Charakter. Deine Freunde machen sich einen weiblichen Charakter. Du dir natürlich ein männlichen und dein Kind macht sich halt ein Kind. Ah, ja. Bist du der erste Rollplayer in Game, der das mal ordentlich macht? Das ist richtig. Ich mach's richtig. Äh, ich mag's aber dann lieb... Nein, lieber nicht. Weil, weißt du eh, wenn sie dann Schmied macht, und dann kommt's mit einem Ehrstreiter mit einem Flamberger auf mit los. Das ist nicht so schön. Nudelholz ist auch nicht besser. Ist richtig. Nudelholz ist ein Schmiedehammer, glaubst du mir. Nudelholz ist sogar noch gefährlicher als ein Flamberger. Ja, man kannst ja schneller zuhauen. Ey, wenn du ne Rüstung hast, bringt dir das halt nix, weil Nudelholz ist ne stumpfe Waffe, die haut euch ziemlich alle Rüstungen durch. Mit einem Flamberger nicht gerade dazu, Darmdurchrüstungen zu schlagen. Weißt du, eigentlich versteh ich gar nicht, warum Frauen, wenn sie wütend sind im Ehrstreit mit Schuhen oder sonstigen Utensilien, so viel Damage machen. Weil eigentlich trägt die ja ne Stoffkleidung. Das müsste eigentlich Schutz gegen Stoffen Schaden geben. Ne, aber die haben... Ja, Schuhe haben aber... Weil mit Stoffkleidung haben die mehr Chance auf Criti... Critical, weißt du? Schuhe haben, äh, äh, psychischen Schaden auf 100. Das, das, äh, wird damit dazugerechnet. Und genauigkeit von 99. Und sie haben Erstschlag. Ja, stimmt, sie haben Erstschlag wie bei... Äh, Magix. Das ist interessant, wenn du... Wenn du in ne Gamer-Zusammenführung, ne Gamergruppe, so ne sinnlose Ausdauke reinschmeißt, das wird dann ernsthaft diskutiert. Frauen sind wie die Elfen in Warhammer. Always strikes first. Und sie machen Blutungsschaden. Aber nur dann nicht. Ja, jeden Monat kriegen sie... Jeden Monat kriegen sie D-Buff-Ausblutung. Wenn sie das dann stopfen, dann sterben sie. Frau, nie jemanden, der länger als drei Tage blutet und immer noch lebt. Das gibt aber auch noch, äh, den Bonus. In einem Glied herangetreten. Okay. Und weil jetzt letzte Runde ist, entspannen wir jetzt etwas. Das Ganze kehrt. Also Schuhe aus. Ja. Unterhosen auf dem Kopf. Fröööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wir sollten herantreten! Einmal! Der hat hinter mir zweimal getreten! Komm! Und schon wieder! Dann macht's doch unter euch aus! Hört ihr wohl auf! Darf ich da wieder rein? Das ganze kehrt! Ihn in deinem... Ihn in deinem Lautstattfeuers Marsch! Wir reden nachher! Fuck! Warum gehst du so zurück? Und sowas nennt sich Oberst! Wie, wo ist ein Oberst? Keine Ahnung! Wir sind doch deutsch! W6! Einen Dürfel meinst du? Einen D6! Jetzt spiele ich mal auf Englisch! Einen Dürfel! Einen 6er Dürfel bitte! Dürfel? Da 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 da! Hm... Wir nehmen den Feinschmicker! Haben wir Sanitäter irgendwo? Ich hab so ein bisschen Luft mit unserem Glück! Ich glaub die Linie ist ein bisschen angehettet! Walin, du musst es anders fragen! Ich bin Half-Life! Bisschen angehettet! Haben wir einen Arzt hier? Und wie gesagt, würde mir aus allen Löchern Blut rauslaufen! Und Linie! Halt! Rechts um! Hm... Gegner-Kaff! Very juicy! Was für Wind? Wir werden von einem Skaven angeführt! Das ist wahr! Du hast ein Auge für Talent! Das ist wahr! Nein! Ich seh übrigens einen Sanitäter da drüben! Sollen wir da hinlaufen? Das ist wahr! Wenn so die ganze Linie mit so einem Zeichen... Bring Sanitäter zu uns! Rechts um! In dem Laufschritt vorwärts Marsch! Wir koppeln uns jetzt einfach mal hinten an die dran! Hier sind die Iren auch noch dabei! Vielleicht wird's ja was! Ihr dürft selbstständig kugeln aus, weil ich nicht Arena ist! Nur noch mal! Nee! Wenn wir sie kommen sehen, ja! Da kommt keine Kugel! Haha! Gut gefangen, Panda! Keine Kugel! Vorsicht! Geht aber nicht auf uns, sondern auf die Iren! Oh Gott! Hm... Das Spawn-Camping ist schön! Hey Sanitäter! Google! Linie! Halt! Jetzt chillen wir hier erstmal unser Leben! Du musst erst mal nach nem Sunny schreien! Äh man, Sunny wär echt nix Dumms! Geht auch selbst nahm Sunny! Nee! Kräuter! Na klasse! Linie im Laufschritt vorwärts Marsch! Ich würde ganz dumm Sunny schwind! Ähm... Kass! Totten links! Ich weiß! Dann greift sie an! In ihr halt! Links um! Freiffeuer! Grechts von euch auch! Okay ich komme! Oh! Hinter mir sind... Ich... 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 Ich bring Kaff an alle mit Jungs! Jungs ich bring Kaff mit! Ach das ist unsere gut! Hinter uns die Linie! Ja, charge weiter! Welches sind denn so... Ein nach links raus! Rechts nach links aus! Nach links aus! Das sind zu viele! Da komm man noch Jäger nach links weg! Los los los! Weil die werden grad gecharged! Ja, okay! Nach rechts oben schwenken und chargen! Wir werden von einem gecharged! Wir mussten da erstmal weg! Sonst war nicht klar! Ja, die wollten schießen, die wollten schießen, Carlos hat richtig. Oh! Habe ich einen verwischt? Nee. Oh Gott sei Dank. Weiter, ihr habt es fast geschafft. Das ist doch der letzte jetzt. Weiter, links auf die Jäger, go. Ja. Also wir kommen aus dem Schadern, wir nehmen raus. Go, Hammer, go, home. Hey, F.I.C. Oh fuck. Die Kaffee. Wow. Okay, warte, kümmert du dich um den Infanterist, ich guck nach hinten. Ach, warte, ich komm. Alles muss man selber. F.I.C. Vorsicht, Kampf, Bubu. Du schwebt noch, Wichser. Komm, Rücken an Rücken. Achtung, hinter dir von der... Habe ihn. Bubu, ich bin ja. Rücken an Rücken. Ja, es hat schon Känzelschlachten gegeben, die Fortale waren. Sorry, Pinder, mein Bad, mein Bad. Das war die ersten 30. Trotzdem, Pinder, sorry, das war jetzt echt, ich hätte dir dann Rückkehr frei. Ja, du Mist. Ja, dann ist ja jetzt, können wir ja gehen, oder? So, dann kann ich ja kurz mein emotionaler Ausbruch rausladen. Was? Okay, nachdem Bubu seine Spastiken hat, können wir ja jetzt in Server liegen, oder? Balein killed YouTube fast, ooooh. Habt ihr es gelesen, was Barbarossa und der Offizier von den Jägern gerade? Nee, ich nicht. Ich glaube, das war auch letzte Runde, oder? Ja. Ja, das steht letzte, steht doch. Ja, die sind vor. Ja.